Marlina, magst du mal kurz erzählen, was hier los ist? Wir sind gerade am Alex. Ja, wir sind hier am Alex zwischen Galeria Kaufhof und Berliner Haus. Wir protestieren lautstark gegen die NPD, die hier eine Wahlkampfveranstaltung machen will. Es sollen zwischen 70, ungefähr 70 Nazis sein. Und wir haben jetzt, also ich habe jetzt spontan hier die Demonstration angemeldet. Okay, danke. Vielen Dank.